Hallo ihr Lieben, Chris Hemsche, mein Pateraport bzw. Coach, Diplopsychologe und so weiter und so fort. Heute haben wir ja mal eine Mail mit so ein bisschen Triggerwarnung, sage ich ganz ehrlich, weil da ja wieder jemand meinen Ratschlägen nicht folgt, was natürlich, was ich verstehe, man ist liebessüchtig, man will das unbedingt weitermachen, aber das eine, der Hauptfehler, das wird euch auch jeder sagen, der sich in diesem Bereich länger arbeitet, der Hauptfehler ist, ja, dass man drin bleibt in Beziehungen, wenn man es nicht mehr sollte so, oder in Affären oder in Dreiken und wie gesagt, das haben wir ja auch ganz viel beleuchtet hier, ja, man ist liebessüchtig, es fühlt sich ganz schwierig an und oft muss man sich vielleicht auch persönliche Unterstützung suchen vor Ort, sodass, ja klar, Dynamiken kann man sich natürlich mit meinen Kursen angucken, aber letztlich gilt es auch, wenn du nicht die Sachen machst, die in den Kursen stehen, geht es nicht voran und da kann man so viel Mail schreiben, wie man will, ich verstehe das auch alles, wie gesagt, dann passiert immer das Gleiche so, ne, und hier haben wir wieder so jemand und die hat schon mal eine Mail geschrieben und, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie kritisch rüberkommt, will hier niemand kritisieren, nur einfach Verhalten A führt zur Konsequenz B, mehr will ich gar nicht hier demonstrieren und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ich, das war die Mail so mit sechs Positiv-Partys, also zehn Jahre Affäre kennengelernt im Swinger-Club, war schon ein Dreieck, war gar nicht Single, ja, und dann muss man jetzt, glaube ich, alles gar nicht durchgehen, ein ewiges Hin und Her, fällt wieder auseinander on-off, man kommt wieder, also Affäre hat wieder aufgenommen, trotzdem in einer anderen Beziehung und, weiß ich nicht, versucht Freundschaft zu führen, was natürlich auch nicht klappt, weil man nicht befreundet ist und diese Zuschauerin hat jetzt eine zweite Mail geschrieben und ich habe natürlich gesagt, hey, das meine ich zumindest, dass ich gesagt hätte, das ist einfach kein Zweck, also Dreiecke an, Dreiecke raus da und was will man dazu sagen, irgendwie so, ne, und wenn du jemand in solchen Umständen kennenlernst, dann ist das einfach keine sicheren Personen, so, ne, und das kann man alles machen, wenn man auf Drama steht, aber, und genau, jetzt kommt die Nachfolge-Mail, betreffend toxische Personen, unangemessene Kritik, hallo, das ist die Fortsetzung der, das war der Titel von dem Video, Freundschaft mit dem Sex-Positiv-Party-Mann, vielleicht verlinke ich das hier auch nochmal, leider hatte ich ihn seitdem wieder zweimal getroffen, ja, ich, kann ich die Mail schon beenden eigentlich, weil jetzt kommt nur Mist, das weiß man einfach, weil diese toxischen Beziehungen funktionieren einfach immer gleich, immer gleich, immer gleich, das ist immer das fucking Gleiche, was da passiert, es ist immer das Gleiche und du kannst tausendmal sagen, ich probiere es nochmal, ich prässe es nochmal, es ist eine fucking Liebessucht und man kann sich so oft treffen mit so jemandem, wie man will, wenn das so toxisch ist, es kommt immer nur Müll daraus, das ist, und deswegen, ähm, ist dieser Hauptratschlag, da rauszugehen, ist wieder nicht befolgt, so, ne, also wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht kritisch gemeint, das ist einfach A für zu B, also wenn du die Zigaretten nicht weglesst, kannst du nicht aufhören mit dem Rauch und so ist das einfach nur gemeint, ne, das ist ja, ich gehe jetzt, wir gehen es mal so kurz durch, das erste Treffen war sehr nett, allerdings einen Tag lang, am nächsten Tag wurde ich wieder komplett ignoriert, ja, das ist aber genau so, das ist, jeder fucking Kontakt tut dann einfach nur weh, weil, ihr kommt schon seit zehn Jahren, seit zehn fucking Jahren kommt ja nicht klar, das wird auch im elften Jahr nicht funktionieren, auch nicht im zwölften, nicht im dreizehn und nicht im vierzehnten, so, das kann man einfach so sagen, das ist einfach so, ne, ähm, es ist, bedient halt dieses Drama und wie sehr man am Drama hängt, merkt man erst, wenn man keinen Drama mehr hat im Leben, dass man merkt, oh fucking, ist alles so still hier, ist natürlich trotzdem besser als das Drama, aber man, man ist einfach drama-addicted, diese ganzen Hormone und wie gesagt, wenn ihr das, äh, mit Bordmitteln nicht, äh, in den Griff bekommt, ja, dann muss man halt den Einsatz erhöhen und, äh, wie gesagt, dass ich da vor Ort auch mal Hilfe hole, weil, finde, es ist keine Option, da irgendwie drin zu bleiben, so, ne, aber gut, gehen wir mal weiter durch, äh, ein paar Tage später rief er mich mit in der Nacht an, ich ging nachher ins Telefon, 50 Anrufe, äh, heult sich da am nächsten Tag ausgerechnet bei mir aus, dass seine neue Freundin oder Partnerin um sein Geld brachte, also wieder Dreieck, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, ich, Leute, ich weiß wirklich, was ich dazu noch sagen soll, ihr könnt mir hundertmal schreiben, zweihundertmal schreiben, ich werde immer das fucking Gleiche sagen, ist, ist für mich manchmal auch so, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, ist ein Drecksdreieck, toxisch hoch 10, ich weiß nicht, ich weiß, Leute, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll, ich, ich weiß es nicht, wirklich, so, zweite Treffen, das, das ich hab, sagt, aber trotzdem kam es zu einem kompletten Eklat, ja, er kritisiert mich die ganze Zeit, ja, ist das einfach fucking toxisch, ich kann da auch nicht mehr zu sagen, das ist, wenn dich jemand die ganze Zeit in die Fresse schlägt, so, ne, was willst, ja, kann man jetzt drüber nachdenken, warum macht er das, oder du kannst überlegen, warum gehe ich immer wieder zu ihm hin, wenn ich weiß, er schlägt mir jedes verfickte Mal, sorry, dass ich mich so aufrege, schlägt mir dieser Typ wieder, ähm, übertragen sie den in die Fresse, was will man da noch verstehen, irgendwann, außer, warum gehe ich da mal wieder hin, so, ne, das ist natürlich schon eine wichtige Frage zu verstehen, so, ne, das hat er natürlich häufig, dass man in der Kindheit schon Übergriffe erlebt hat, oder einfach schlechte Kindheit hatte, was weiß ich, ähm, so, äh, also es kam wieder zu mir klar, äh, verwies in der Wohnung, das hat er nicht gemacht, äh, da hatte ich jetzt, wir niemand antriggern, es kam dann auch ein bisschen zu Übergrifflichkeiten, äh, äh, was irgendwie Angst gehabt, ähm, zum Glück ist aber nichts Größeres passiert, am nächsten Tag rief er abermals an, dass ich ihn misshandelt hätte, obwohl er ja was gemacht hat, ähm, oder, warte mal, ich muss mir gerade mal gucken, also ja, beide müssen gerangelt sich hier so, äh, ja, das passiert halt in dieser Beziehung, deswegen soll man ja rausgehen, so, ne, äh, und ich verstehe auch, dass es mehr von ihm ausgeht, aber wie gesagt, du beteiligst dich an dieser Beziehung, so, ne, äh, gut, dann gucke ich doch nochmal rein, ähm, also letzten Endes kann ich auch verstehen, dass du ihn da jetzt auf eine Wohnung schieben wolltest, weil er einfach nicht gegangen ist, aber das sind halt diese, diese, das ist auch manchmal müßig zu gucken, wer hat jetzt genau was gemacht, das ist einfach toxisch, ne, äh, so, am nächsten Tag rief er wieder an, also ich hätte ihn misshandelt, rief immer wieder an, ähm, ich traf ihn trotzdem nicht mehr, obwohl er es unbedingt wollte, jetzt will es er nicht mehr, und dann wenn, also du willst es jetzt nicht mehr, wenn er es nicht mehr will, dann willst du es wieder, das dreht euch da im Kreis, so, ne, außerdem ist es immer noch ein scheiß Dreieck, ich, ich weiß, und die ganze Zeit auch schon, glaube ich, oder meistens so, ne, seit dem letzten Wochenende habe ich seine Nummer blockiert, äh, setzt Leute in mein Festnetztelefon, was für ein scheiß Drama, ich ging dann wieder ans Handy, äh, dann hat er dich wieder kritisiert, deine Haarfarbe schlecht, du siehst, äh, das schaut scheiße aus, ja, was, ich weiß, Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll, es ist einfach eine Scheißbeziehung, und er tut dir nicht gut, äh, also das können wir jetzt gern alles analysieren, was er alles nicht gut tut, aber das, das weißt du eigentlich, du kannst nur überlegen, warum gehe ich immer wieder zurück, warum gehe ich immer wieder zurück, und irgendwann meine ich, ähm, wie gesagt, wenn du soweit bist, musst du mal an den Punkt kommen, zu sagen, ich darf einfach nicht mehr interagieren mit diesen Menschen, fertig, ne, egal, wie schwer mir das fällt, ich darf es nicht mehr tun, ja, das reißt mich in den Abgrund, ne, äh, klar, das ist nicht schlecht, nur wenn du was änderst, dann bist du eine Partnerin, ja, wie gesagt, ihr seid seit 10 Jahren, glaube ich, nicht zusammen, werdet auch in 11, 12, 13, 20 Jahren nicht zusammen sein, ne, äh, außer mal 5 Minuten, seit 14 Tagen rief er mich an, immer dasselbe, hast, äh, ja, weitere Kritik, muss man gar nicht alles lesen, ähm, wenn ich etwas sagen wollte, wechselt er das Thema, ich kann mich nicht sofort, dann legt er auf, das war für mich auch der Grund, dass sich die Nummer blockiert hat, was soll das, ja, die Frage ist, was soll das, dass du ihn immer wieder triffst, ne, ich sehe ja trotzdem, dass er anruft, heute nach dem 60. Anruf gehe ich kurz ran, ja, ich meine, ihr seid beide außer, völlig außer Mitte, vermutlich tut euch beiden nicht gut, was ihr da macht, und, nochmal, ihr seid einfach, ohne auch zu gucken, wer was macht, ihr seid nicht kompatibel, ihr seid nicht kompatibel, seid nicht kompatibel, tut euch nicht gut, es ist fucking toxisch, hör auf, diesen Mann zu treffen, das ist, ich, mehr kann man da nicht so sagen, so, ne, und du bist ja stellvertretend, für ganz viele, auch, wie gesagt, äh, ich hab aber auch viel zu lange getreten in solchen Sachen, früher, und, äh, ja, ich, 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 ich kann das nachvollziehen, man redet ja immer mit seinen Freunden und sagt, warum hat sie mich wieder jetzt vier Wochen nicht angerufen, warum will sie mich nicht sehen, warum, ja, weil es einfach fucking nicht passt, weil es einfach eine Irrsinnsbeziehung ist, das wollen auch die Freunde irgendwann nicht mehr hören, und, weil man kann irgendwann nichts mehr dazu sagen, außer, es passt einfach nicht, es passt nicht, es passt nicht, es passt nicht, jedes Bemühen ist sinnlos, und, ja, ähm, dann meint er, du kommst heute vorbei, top gestalt, und beweise, dass ich dir etwas wert bin, wenn du mit mir reden willst, nicht am Telefon, sondern nur persönlich, du kannst mit mir reden, im Bett, beim Kuscheln, oder beim Massieren, ich liebe Leute, ey, ja, also, siehst du auch, worum geht ihr, seid wahrscheinlich beide irgendwo, weiß ich nicht, sechssüchtig, oder liebessüchtig zueinander, auf eine verschiedene Art, das haben wir auch schon alles beleuchtet hier, äh, er kommt nicht von dir los, du kommst nicht von ihm los, ja, sei du die Schlauere, und beende das endlich, ne, und klar, es geht wieder, wie immer, in diesen Beziehungen, nicht gut genug sein, das kannst du wieder daraus schließen, ja, ich habe schon mal ein Thema mit, vielleicht mit Selbstwert, dass ich mich nicht gut genug fühle, und, ja, dann geh es gerne an, aber, das ist der erste Schritt, der allererste Schritt, gut, davor gibt es manchmal auch Schritte, dass man da hinkommt, aber der erste richtige Schritt ist, sich rauszunehmen, aus toxischen Umgebungen, selbst wenn man selber, ein bisschen mitgemacht hat, das spielt keine Rolle, weil, ja, toxische Beziehungen, destabilisieren dann selber auch, vielleicht macht man, baut man auch Scheiße, vielleicht der eine mehr als der andere, meinetwegen kann man auch erstmal sagen, nur der andere baut Scheiße, und ich habe gar nichts gemacht, ist völlig wurscht, raus, 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 alles andere ist, verschwendete Zeit, ne, verschwendete Lebenszeit, und, klar, ich meine, trotzdem ist es dein Arschengel, und macht dich dieser Mensch bewusster, bringt dich weiter, aber, jede Sekunde ist da zu viel, irgendwie, ne, und du siehst ja, rums geht, es geht nur darum, dass er dich wieder hat, sonst nix, dass ihr wieder toxischen Sex, positive Sex haben könnt, und, ich weiß nicht, so viel dazu sagen, das ist dein Leben, musst du wissen, wenn du immer, also, ich meine, letztlich ist es dein Leben, wenn du sagst, du willst ihn immer weitertreffen, treffend, kannst du mir meinetwegen auch, in zwei Wochen, in vier Wochen, in acht Wochen, eine Mail schreiben, es wird immer das Gleiche sein, es wird immer das Gleiche sein, du machst es so lange, wie du meinst, ne, ähm, so, was ich an dem Verhalten, dieser Person einfach nicht verstehe, es gibt da nichts zu verstehen, es ist einfach toxisch, es ist, es ist egal, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aus toxischen Beziehungen auszukommen, nicht mehr zu versuchen, das zu verstehen, dieses Verstehen wollen, also, das haben wir auch schon so oft thematisiert hier, hält einen drin, man muss aufhören, zu versuchen, das zu verstehen, ja, es ist Irrsinn, es ist aber genauso, kann man sagen, es ist nicht wirklich konstruktiv und logisch durchdacht, immer wieder den zu treffen, das kann man auch sagen, ne, vielleicht würden deine Freunde sagen, warum triffst du ihn immer wieder, warum, 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 ja, also, man versteht die Sachen häufig, mit viel Abstand versteht man häufig alles, also, du wirst schon Antworten kriegen, aber nicht so lange, man so liebessüchtig ist, finden wir keine Antworten, ne, also, was ich an dem Verhalten dieser Person einfach nicht verstehe, diese penetranten, ständige Anrufe, das nicht verstehen, dass man blockiert ist, also, was ich nicht verstehe, dass man blockiert, äh, verstehen kann, dass man blockiert ist, oder er kann nicht, dass er nicht verstehen kann, dass man blockiert ist, wenn ich mit dem normal reden will, ist er am Telefon nicht in der Lage, komme nur mit Forderungen und Erpressungen, ja, wie gesagt, die Frage ist immer, warum, ist nicht, die Frage ist nicht, warum er so ist, weil da kannst du eh nichts dran machen, das ist akademisch interessante Frage, aber wie gesagt, das hält einen total in Toxic, ist immer wieder das verstehen wollen, man muss es loslassen, muss es loslassen, ne, und, äh, ja, einfach nur zu überlegen, warum will ich den verdammt noch bei Babi da treffen, ne, wenn es immer wieder furchtbar ist, das ist wie gesagt, das ist wie mit Drogen, so, ne, ähm, ich persönlich halte mich weder für ungepflicht, noch sind meine Haare so schlecht, äh, es ist, toxische Beziehungen sind Selbstwertcrasher, ich bin sicher, dass mit dir überhaupt nichts nicht in Ordnung ist, oder andersrum gesagt, alles ist mit dir in Ordnung, nur diese Beziehung ist nicht in Ordnung, ne, und, äh, diese Beziehung ist ein Aufschrei, dass du bewusster wirst, dass du siehst, hey, mit mir ist alles in Ordnung, deswegen, ähm, dass du dir sagst, mit dir ist alles in Ordnung, dann muss ich mir das auch von außen nicht mehr anhören, dass mit mir nicht alles in Ordnung ist, sondern kann mir in Zukunft mal anhören, mit mir ist alles in Ordnung, auch von außen, so, aber das geht erst, wenn du das loslässt, ne, es ist mir unverständlich, was mit so jemand, mit so jemandem Verhalten bezwecken will, ja, also er, du spielst dein, Liebeschipp-Muster aus, er spielt dein, Liebeschipp, sein Liebeschipp-Muster aus, also sein Liebeschipp-Muster ist, ja, runterputzen, so ein egozentrisches, Muster, äh, runterputzen, ähm, ja, wahrscheinlich, weil er sich selber innerlich runterputzt, putzt er dich jetzt runter, aber es ist, wie gesagt, ich will da gar keine Energie drauf geben, was mit ihm ist, er tut dir einfach nicht gut, fertig, ne, ist das so eine total kranke Inselstrategie, dieser Mensch tut hier nicht gut, treffe ihn nicht wieder, ganz gut gemeinter Ratschlag und der einzige, den ich dir an diesem Punkt hier geben kann, alles andere wird sich dann finden, ganz bestimmt, wie gesagt, sonst, ähm, wenn man so gar nicht rauskommt, manchmal braucht man einfach jemanden, mit dem man vor Ort da mal reden kann, was für dich da auch immer stimmig ist, ähm, und, ja, aber, es wird dir nicht besser gehen, bevor du nicht aufhörst, den zu daten, denke ich, und ich weiß, dass es nach zehn Jahren echt schwierig ist, ne, das ist wie, eigentlich ist es wie zehn Jahre in der Droge nehmen, so, und, ist hart, aber, ich weiß keinen anderen wie ich, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder und danke für's Schreiben. und danke für's Schreiben.